Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Enderan. Ja, in der letzten Folge ist das halt das Spiel ein bisschen abgeschmiert, sagen wir jetzt mal. Wir sind jetzt hier in der Unterstadt, müssen aber noch ein Weilchen warten. Und wir müssen einen Tag warten, bis wir mit... ...Tierral, dieser Tierral reden können. Daher würde ich erstmal vielleicht eine andere Quest bis dahin machen. Ich hoffe, es schmiert nicht nochmal ab. So in die Richtung müssen wir dieses Mal. Wir haben ja eine aktive Quest. Und ich finde schade, dass wir nicht mehr an den Kämpfen teilnehmen können. Naja, aber... Okay, Hauptkaverne. Da sind wir wieder. Oh, mir juckt die Nase, sorry. Ah. Ja, ich helfe euch doch. Ich versuche zumindest euch zu helfen, ja? Warte mal. Wo ist der Questmarker? War der nicht gerade noch oben? Auf dem Radar? Die mal erstmal raus. Grüße. Grüße. Okay, wir sind wieder hier. Ich würde jetzt aber vielleicht einmal auf... Warte mal, ich muss in die Unterstadt. Achso, ich... Ja, okay. So, Mythen und Legenden. Wir haben ein Buh zu einer der Legenden. Nicht hier. Das schlechte von Arquan. 5 und 7 und 9 haben wir hier. Wo sind Mythen und Legenden? Da, die Riesenechse. Ähm, füttert man lesen. In jüngster Zeit erzählen die Mütter aus Dünenhain den Kindern vom Berg in der Wüste, ihnen den Übermut auszutreiben, der die Wegestreue besonders in den jungen Jahren oft herausfordert. Die Worte handeln von einem Wildmagier, der sich in die Pulverwüste zurückzuckt, um sich voll und ganz der Entropie hinzugeben und Wesen aus anderen Realitäten in unserer Welt zu zerren. Anfangs waren es wohl nur Haare und Schuppen, später auch einzelne Gliedmaßen und letztendlich vollständige Tiere. An Menschen oder gar spektralen Wesen und Verlorenen hatte er scheinbar kein Interesse. Nach ein paar Regenzeiten, die man bei uns im Herbstland gleichermaßen im Winter umrechnen kann, war er so geschickt im Anwenden der verbotenen Magie, dass er sich nicht mehr daran begnügt, die Tiere aus der Wüste herbeizurufen. Sein Problem bestand nämlich darin, dass die alternativen Realitäten der unseren sehr ähnlich war, zwar sah er dort zuweilen auch keine Großkatze, die keiner uns bekannten blieb, unter langgeliebigen Vögel oder auf hargere tiefschwarze Knochenreißer. Aber mit der Zeit kannte er auch diese Fremdenwesen zu genügen. Denn immer wenn er eine Kreatur aus dessen Existenz zog, fokussierte er sich darauf, sie in einen Kierke gelangen zu lassen, den er extra dafür angefälligt hatte. Nach genauerer Betrachtung und dem Anfertigen einer Zeichen brachte er sie zurück in ihre Realität. Sein Ansporn bestand anscheinend in der Forschung. Da der Wildmagier dessen Name nicht überliefert ist, es nicht vermochte, sich in dem Meer der Realitäten Räume zu orientieren, versuchte er, Realitäten zu finden, die sich zeitlich von der unseren unterschieden. Zu seinem Erstaunen gelang es ihm, eines Tages ohne weitere Übung, seinen Geist in einer sehr weit zurückliegenden Realität zu verankern. Er wurde schnell fündig und voller Freude über das, was sein geistiges Auge sah, holte er das erste Wesen aus seinem durch den zeitlichen Unterschied verzerrten Blickfeld in unsere Welt. Eine riesige, mit Hörnern ausgestattete Exe, groß wie ein Rambog und mit einem gigantischen Schild am Hinterkopf. In seinem Übermut hatte der Wildmagier nicht auf die schiere Größe der Exe geachtet. Als sie aus dem Riss, der als Portal zur zeitlichen fernen Welt diente, in der Kirche befördert wurde, zerbarst dieser unter lautem Donner in alle Richtungen. Vielleicht war es dieser Knall, der das Gefühl der Entwurzelung aus eigener Wirklichkeit, jedenfalls tostet, das ungetrieben erschrocken. Die Geschichte endet damit, dass man die Trümmer des Käfigs samt eines Skeletts heute noch an einem Felshang entdecken kann. Der Wüstenwind trug jedoch dazu bei, dass jede Spur der Riesenechse nach kurzer Zeit im Sand verwehte. Manchmal jedoch, so die Legende, könne man sie noch als Berg in der Wüste am Horizont entdecken. In der Wüste soll die sein? Die Pulverwüste? Vielleicht hier hinten irgendwo? Hier hinten waren wir glaube ich noch gar nicht. Oder ist das der Schwarzmyrade? Ich weiß nämlich nicht, äh... Wir vielleicht den Myraden hier nutzen, um in die Pulverwüste zu kommen. Moment. Wo ist der Myrade hin? Schreitet wohl. Wohin soll es gehen? Ich möchte über die Myraden fliegen. Sicher doch. Wohin soll ich euch bringen? Ähm... Arck, Arck, Außenflussheim, Grenze des Herzens, äh... Dünnheim, Quellbarf... Ich glaub Dünnheim würde reichen. Ach, da ist sie! Da ist sie mir gerade wieder. Ähm... Okay, ich dachte, keine Animation ist hier. Ähm... Okay, wir sind jetzt in Dünnheim. In die Richtung. Achso, vielleicht auch erst mal was einlagern. So, ähm... Wir haben hier... Einige Sachen, die wir noch verkaufen wollten. Aber ein paar Sets will ich. Ablegen. Nein, nicht anziehen. So, ähm... Wo man immer angezogen werden muss. Uralte Maske. Die packe ich mal da rein. Weg ist treu in Hanisch. Muss ich gleich wieder anziehen. So, ähm... So, ähm... Hier Bücher, Anweisungen... Auftrag, beschriftliches Papier, Brief... Brief von Max Schöntes. Die packe ich mal da rein. Rechter von Arck. Magischen Disziplinen. Die Echse behalte ich mal. Nachlich von Lexi Merael. Die packe ich auch mal rein. Die packe ich mal da rein. Das ist halt des Dornkönigs. Das wird in einem geografischen... So, die packe ich auch mal rein. Die ganzen Baupläne. Habe ich hier irgendwas doppelt? Ja, ich habe hier was doppelt. Das zum Beispiel. Davon habe ich wieder zu viel. Da habe ich aber zu viel. Ich habe doch... Einige Sachen zu viel. Doppelt und dreifach. Okay, dann hier, ähm... Den habe ich doppelt. Habe ich noch ein paar... Der Farbbuch 8 habe ich auch doppelt. Der Schlechter von Arck. Buch 2. 5. 7. 9. Der Aufstieg habe ich zweimal. Warte mal, mir fehlen ein paar Bücher davon. Ich habe nur 7 gehabt. Habe ich die verkauft? 2. 5. 7. 9. 5. 10. Der blinde Schürfer. Stell deine Wächter. Die Aschewittrice. Also, blinde Schürfer. Asche vitfe. Stell deine Wächter. behalten. societ ser보iflich. In der Ruhe. Habe ich das jetzt zweimal genommen, oder wie? Die müssen verkauft werden. So, Dämonenherz, Leersalze, Menschenfleisch, Menschichesherz. So. Ach, ich werde die so lassen, wie das ist. So, okay, jetzt möchte ich aber Mythen-Legenden, die Asche-Witwe. Mythen-Legenden, Bandfrei, die Asche-Witwe. Verfasst von Erzmagister Gawain-Girathu. Eine der wohl schaurigsten Legenden Enderals ist die der Asche-Witwe. Die Asche-Witwe war einst eine bezaubernde junge Frau, die einem Erhabenen zur Gefährte versprochen worden war. Ihr Haar war lang und von einem rötigen Blond, wieder später Herbstblätter und ihre Augen blau wie die See. Sie war klug und belesen, spielte die Laute und sie erfreute sich am Hof ihres Familienanwesens. Größter Beliebtheit, was nicht zuletzt auf ihren heiteren Lebensform Charakter zurückzuführen war. Auch ihr zukünftiger Gefährte, der Sohn eines reichen Grafen, genoss einen edlen Ruh und als die beiden sich die Gefährtenschaft schworen, sangen die Baden Lieder über die Erhabenheit der beiden Liebenden. Doch es dauerte nicht lange, da fielen der frisch vermählte Frau Unstimmigkeiten im Charakter ihres Mannes auf. Brach er an den Abendtafeln, zu denen zahlreiche Erhabene erschienen, immer sanftmütig über die niederen Pfades, erzählte er ihr nach mehreren Flaschenbein anderes. Er habe keine Sympathien für die Handwerker, Arbeiter und schlimmer noch, die Unterstädter übrig. Es hat einen Grund, dass Malfas uns mit unserem Pfad gesegnet hatte, sagte er. Unser Blut ist wertvoller, waren es anfangs noch Aussagen, wie diese, die die junge Frau besorgt stimmten, wurden später aus Worten auch taten. Einen Stallburschen, der sein Pferd falsch ausgesattelt hatte, ließ er beide Beine brechen und der Dienerin, die Wein auf seinen Rock verschüttete, schluckerte die Zähne aus. Als die junge Frau ihren Gemahl darauf ansprach, bedachte dieser sie nur mit einem geringschätzigen Blick und ging davon. So zogen die Jahre ins Land, und mit jedem Winter wuchs der Kummer der Frau. Mehrmals dachte sie darüber nach, davon zu laufen, aber da sich die Delikte nicht gegen sie geselbst wandten und ihr Gefährt an manchen Tagen ein sanftes, ja gar edelmütiges Gebaren an den Tag legte, traute sie sich nicht, diesen Schritt zu gehen. Wohin hätte sie auch fliehen sollen? Eines Tages jedoch sollten sie sich in die Lage zum Schlimmeren wenden. Eine junge, halb eternische Dienerin war in den Dienst des Schlosses getreten. Sie war kaum 16 Winter alt und schüchterner Natur. Der Frau jedoch fielen die Blicke auf, die ihr Gefährte ihr zuwachen. Eine Mischung aus Böswilligkeit und Lust, die ihr einen kalten Schau über den Nacken ihr hatte. Bald darauf bemerkte die Frau, dass die junge Dienerin ihren Blick stets auswich und den Kopf gesenkt hielt, als schämte sie sich in ihrer Anwesenheit gewaltig. Zudem stieg ihr Gefährte immer öfter lustlos und abwesend zu ihr ins Bett. Tag und Nacht malte sie sich aus, was ihr Mann mit dem Mädchen anzustellen vermochte. Daher beschloss sie, sich an dem Tag im Kleiderschrank zu verstecken, an dem die Halbeterna das Gemach säubern sollte. Ihrem Gefährten erzählte sie zuvor, dass sie bei den reisenden Händlern vorbeischauen wolle, die wie jeden Vollmond die Gegend rund um das Schloss aufsuchten. Baum als Dienerin, die die Tür mit zittriger Hand hinter sich zu zog, sauste die Klinke herab. Aus dem Strang konnte die Frau ihren Gefährten vor Erregung schnaubend im Türraum erblicken. Das halbeternaische Mädchen erschrak, lieb erregungslos stehen und zeigte keinen Widerstand. Als der Mann nachgegriff, scheinbar hatte sie sich mit ihrem Schicksal längst abgefunden. Nachdem sie grob an die Wand gestoßen wurde und sich dabei den Kopf blutig schlug, geschah jedoch etwas Unerwartes. Eine Welle magische Energie erfasste den Mann. Das traumatische Erlebnis musste die Magiebegabung des jungen Mädchens geweckt haben. Die Magische Bahnen umschlugen die rechte Hand des Mannes und hüllten sie in trübe Dunkelheit. Verdutzt und wütend griff er ihr an die Kehle und vor Schreck konnte sie den ihr selbst und unbekannten Zauber nicht mehr aufrecht halten. Als sich schlagartig der dunkle Schleier löste, war nur noch eine entstellte Klaue statt der Hand des Mannes an seinem Gelenk zu erkennen. Von dieser wildmagischen Entstellung seines Körpers irritiert, verfahrte der Mann einige Sekunden grübelnd, die linke gesunde Hand immer noch am Hals der Dienerin. Er kam zu dem Entschluss, dass er seinen erhabenen Faden nicht weiter bestreiten könne, da schon bald jeder wüsste, dass er sich an einem Hexenweib vergriffen hätte. Sein bisheriges Leben wäre verwirrt. So griff er zur brennenden Öllampe auf dem Nachttisch, doch bevor er diese auf die immer noch vor Schreck wie angeburzelt dastehende Dienerin werfen konnte, stürmte seine Gefährtin aus dem Strang, um ihn aufzuhalten. Doch es war zu spät. Das lodernde Öl ergoss sich über den Fußboden und binnen wenigen Augenblicke fingen die Kleider der Frau und des jungen Mädchens an zu brennen. Im Augenblick ihres gemeinsamen Todes verschmolzten die bildmagischen Kräfte der Dienerin mit den tiefen Rachengefühlen der betrogenen Gefährten und wurden zu einem mächtigen und schrecklichen Geisterwesen, der Asche Witwer. Der Mann hätte sich nach dem Löschen des Feuers auf dem Hinterhof seine entstellte, klauenartige Hand mit einer Holzfäller-Axt vom Unterarm abgetrennt. Seiner Familie und den anderen am Hofanwesenden erzählte er, dass die halb-alternische Dienerin aus Eifersucht seine Gemahlin mit Wildmagie angegriffen und so einen Teil des Zimmers verbrannt haben. Er habe seine Gefährten retten wollen, wobei er sich jedoch seine Hand so sehr in dem magischen Feuer verbrannte, dass er seine Frau in dem Flamm zurücklassen und sich die Reste seiner verholten Hand habe abhacken müssen. Der Grafensohn konnte sein Ansehen bahn, wird weiter unbescheuten auf dem erhabenen Pfad und beerbte schließlich seinen Vater. Doch bis ans Ende seines Lebens fand er keine neue Gefährtin. Und in jeder Nacht erschien ihm die Asche Witwe, raubte ihm mit ihren Klagelauten den Schlaf und vergiftete seine Träume, sodass sein Dasein als Schlossherr ein Elendes war. Als seine letzte Stunde nahte, wusste er, dass ihm der Einzug in die ewigen Pfade für lange Zeit nicht vergönnt sein sollte und reuevoll erwartete er sein neues Leben, das er nach Malfas Willen als Unterstädter verbringen sollte. Anmerkung des Autors, die Mythen besagen, dass der Geist der Asche Witwe noch heute in den Ruinen des Schlosses leben und wer nah genug ist, die Klaue ihres Mannes zu dem alten Schloss zu tragen, vermag sie zu wecken. Über den derzeitigen Auftragsort der Klaue kann nur spekuliert werden. Doch es heißt, sie sei durchaus beliebt bei Artefakthändlern. Immer wieder bietet einer von ihnen das furchtbare Überbleibsel für gute Groschen an, nachdem er es zuvor billig von einem verzagten und verschämten Abenteurer erhalten hatte, da er doch nicht wagemutig genug gewesen war, damit den Geist der Asche Witwe herauf zu beschwören. Wir haben in ARK einen, ähm, wo ist meine, ah ja stimmt, die hatten die aus Versehen ausgezogen. Äh, hier. In ARK haben wir doch einen Artefakthändler. Und warte mal, wenn wir auf die Karte nochmal gucken. Welches Schloss könnte es sein? Das hier unten glaube ich nicht, das Anwesen des alten Mannes. Hier hinten war, glaube ich, nichts mehr. Schloss Goldfurt. Könnte es sein, dass das es ist? Und wir so eine Drachenklaue brauchen. Oder hier oben könnte noch irgendwas sein. Oder hier hinten noch ein Anwesen, das wir noch nicht kennen. Warte mal. Wir haben in ARK eine mythische Legende. Wir haben hier im Düstertal eine mythische Legende. Hier in Talgard, hier im Norden, haben wir eine. Hier in der Wüste ist wahrscheinlich eine. Dann entweder hier oder hier im Norden. Wir müssen bei Gelegenheit mal, äh, zum Antiquitätenhändler gehen. Und mal gucken, ob der eine Klaue da zu verkaufen hat. Und dann vielleicht einmal kurz nach Goldfurt gehen und um uns gucken. Bin ich überhaupt jetzt auf dem richtigen Weg? Hier jetzt gleich nach Osten. Ich will wissen, wo es jetzt diese Echse gibt. Da hinten gibt es ja noch ein, äh, Hütten-Symbol auf jeden Fall. Ja, wenn wir den Weg hier weitergehen, dann, ich muss noch ein bisschen was geben. Und hier waren wir, hat es geschneit? Hier hinten haben wir auf jeden Fall noch nichts gemacht, noch nichts erkundet. Ach so, ja. Ja, wir hätten auch einfach da hinten einen Weg nehmen können. Bin jetzt einen langen Weg gegangen. So, gibt es hier, äh, Knochenreißer? Oder Verlorene oder sowas? Anzeig nicht. Äh, Knochenreißer da. Aber auch nur einer. Okay. Den sind wir los. Gernesungstrang exklusiv. Was haben wir hier? Wir gestreuen Schlachtarzt. Dann ist mal eine Fackel, damit ich hier ein bisschen besser weiterkennen kann. Ich wünsche, es wäre jetzt Tag. Dann könnte ich wirklich besser sehen. Dann wäre es alles weniger grau. Und, äh, nebelig. Ich glaube, hier finden wir nichts mehr. Okay. Der Linksschild. Hier waren wir bisher noch gar nicht. Herr Königskrabben. Die machen wir auch nochmal fertig. Äh. Was ist da geschehen? Warte mal, das will ich mir ansehen. Vielleicht einmal kurz speichern. Hier brennt noch Licht. Leben hier noch, Leute? Und Tote. Verlorene. Was ist hier geschehen? Warum ist das hier so eingebrochen? Rezept Ambrosia? Okay, hier komme ich nicht hoch. Okay, die Uhren sind... ... im Grunde leer. So, Groschen. Genesungstrang, nehme ich mit. Granatstein. Psyonische Druckwelle. Was haben wir hier? Das Goldene Haus, ja? Granatschlüsse, der Pulverklippe. Nochmal das Goldene Haus. Schwerbeschwörn, Rang 2. Die Richtung eines unbekannten Reisenden. Ich glaube, wurde schon alles geplündert hier. Oh, hier ist noch eine kleine Truhe unter Wasser. Ah, und so sind wir jetzt hingekommen. Okay, wie sieht es hier aus? Da kann ich nicht aufmachen. Gehen wir nochmal nach ganz oben. Noch mehr Groschen. Ich hoffe, die finden keinen Weg hier nach oben. Doch, wir haben einen Weg hier hoch. Aber okay, was ist hier? Also, wieso ist das hier eingekracht, die Siedlung? Okay, hier ist so eine Alpha-Wand. Hier auch? Hier ist auch eine Alpha-Wand. Ach, das sind nur einfache Verlorene. Okay, den Bogenschützen zuerst. So, den haben wir schon mal los. Okay, jetzt treffe ich den nicht mehr. Nice. Überlebe ich das? Ja. So, vielleicht einmal kurz weichern. Dass die aber auch immer diese Runen-Sachen haben. Kommt man da rein? Hulberklippe, Megrans Haus. Wer ist jetzt Megran? Rief von Leandra. Du bist ein elendes, äh, elender Füttelabschwanz. Jetzt hast du es endlich geschafft. Sie haben dir sogar deinen kleinen Bruder vorgezogen. Es wird Zeit, dass ich mir einen richtigen Gefährten suche, der seinen Mann steht und seinen Launen nicht mit deinen roten Saft betäubt. Ach so, den roten Saft. Ich dachte, irgendwie mit Blut oder so. Was ist das? Ein Besen? Ach so. Besen. Da haben wir noch ein paar Groschen. Ich finde es interessant, dass hier aber... Ne, ich finde das wirklich eigentlich interessant. Hier einfach mal so eine komplett umgekippte Stadt, aber man kann trotzdem alles umkippen, äh, mal erkunden. So, da haben wir auch noch was. Vielleicht nochmal kurz speichern, bevor wir da reingehen. Benötigt einen Schlüssel. Benötigt einen Schlüssel. Okay. Das hier ist abgeschlossen. Hier kommen wir nicht rein ohne Schlüssel. Also, irgendwo wird wahrscheinlich ein Schlüssel rumliegen. Benötigt da einen Schlüssel. Boah, ich komme mir gerade so komisch vor, hier so rumzulaufen. Weil hier alles krumm und schief ist. Da chillt wieder jemand. Boah. So, vertrocknet er, Florene. Erstmal den Magier hier loswerden. So, Autsch. Weg mit dir. Der Aufzug treffen. Okay, nice. Ah, wir haben nix zu essen gekauft. Ähm. Wir haben auch nicht mehr so viel zum Essen. Was ist hier passiert? Blat, wie heißt der Ort? Die Pulverklippe. Fahr weiter raus. Hier lebt noch ein Hühnchen. Immerhin. Einer hat es überlebt. Äh. Es haben hier schon ein paar mehr überlebt. Kokosnuss. Datteln. Noch mehr Datteln. Eier? Wir müssten bei Gelegenheit wieder was kochen. Betrefft Megran Eisenfurt. Äh, Kaldiv, ich bin immer noch beunruhigt. Seitdem wir dich zum Vorarbeiter anhand haben und nicht Megran, brütet er etwas aus. Ich spüre es. Man hat ihn zum Abwasserkanal am Strand gehen sehen, von wo die alten Erdlagerschächte erreichbar sind. Sieh dich am besten dort um. Ich glaube, wir haben noch einen Schlüssel in der alten Festung. Noch mehr Datteln. Noch mehr Datteln. Ich glaube, Megran hat das hier alles niedergerissen. Der hat da irgendwas gemacht. Einige sind dann wahrscheinlich verbrannt und der Rest ist, äh, so gestorben. Er ist noch hier. Megran ist noch hier? Oder wer ist noch hier? Geht auf, wo komme ich nicht? Hier ist zu. Also, kann ich aufmachen, aber... Lesen, Notiz. Gestern Nacht habe ich, äh... Megran dabei beobachtet, wie sich... ...hat volllaufen lassen und dann fester vom Strand zum ungekippten Turm gebracht. Hab doch schon immer gesagt, dass mit dem Kerl was nicht stimmt. ...ungekippter Turm? Das da? Ist das der umgekippte Turm, oder...? Weil das hier ist ja Megrans Werk. Und es gab schon vorher einen umgekippten Turm hier. Ich glaube, dass es nicht so vielem was noch relativ kürzlich hier passiert. Wenn hier die Tiere noch leben und nicht verhungert sind. Aber wo ist der ungekippte Turm? Gab es da unten einen ungekippten Turm? Ja, da. Falls das ein Turm ist. Oder war. Sein sollte. Oh. Oh. Okay, was ist das jetzt auf einmal für ein Geräusch? Lieferschein? Lieferung von einer Tonne Schwarzpulver an die goldene Sichel am Kontor der Sichel zu übergeben. Lieferung von zwei Tonnen Schwarzpulver an den Heiligen Orden am Hafen von Ark zu übergeben. Okay, hier ist jede Menge Schwarzpulver. Der ungekippte Turm... Das ist ein ungekippter Turm, ja. Jo, das ist ein ungekippter Turm. Ähm... Okay, da darf ich nicht reinfallen. Autsch. Was ist hier geschehen? Und wo ist Megran? Also... Also warum ist das da umgekippt, wenn... Das ist ja später passiert. Also es war zuerst das umgekippt und das hier war Megrans Werk, dass das da eingestürzt ist. Dann gibt es hier noch einen Weg. Hier sind auch noch ein paar Hühner. Und hier sind auch noch ein paar Hühner. Warte mal, da liegt jemand. Maogor? Ähm... Kurek? Lieferschein? Lieferung von einer Tonne Schwarzpulver an. Die Goldene sich... Okay, den haben wir schon. Assassinschuhe? Süß, dass sie schon mit zwei Schlägen alle hinüber sind. Kanal der Pulverklipper. Verlorene... Ähm... Verlorener... Verlorener... Geh! So! Die Hyper! Ja! er müsste noch pfeile haben und wir brauchen jetzt noch mal kurz was zu essen wir haben echt nicht mehr so viele hier fehlt uns noch band 1 so kokosnuss kommen die tomate aufziehen fleisch gibt sie noch irgendwas zu essen ok paar ratten muhlratten noch mehr schwarzpulver 32 von hunderten nice wir werden niemals alle hier wurde auch jemand umgelegt ich glaube ich habe ihn gefunden hi er sieht mich warte mal ich glaube wir müssen auf ambrosia mal kurz gehen und 14 auf 0 ist das ein schlechter von ark kalian was hat er denn da für ein schwert nochmal speichern migran was wer wo ist euer fleisch ihr habt kein fleisch ihr habt kein fleisch er ist ein belastender er ist ein belastender äterner harn ah ok so ein schwertrachtel eispfeil und flammenmauer schwerrösten schwerrüstung ich glaube den haben wir sogar schon aber nehme ich trotzdem mal mit Leandra hat seine eigene Frau getötet. Okay, sie hielt ihn aber auf für einen Schlappschwanz. Bauplan Assassin Hane. Silberstahlschwert. Ich habe jetzt gedacht, der wäre schwerer. Gibt es hier aber noch mehr? Er ist auf jeden Fall für das alles hier verantwortlich. Okay. Menschenfleisch. Kann man Menschenfleisch kochen? Ich frage für einen Freund. Wer ist denn das, der hier liegt? Ein schließt das Herz. Wen hat er hier zerhackstückelt? Aber er hat den roten Wahnsinn. Groschen, Stärkstandsabro, Psychose. Gibt es hier noch irgendwas? Hier waren wir gebrochen. Okay. So viel Schwarzpulver. Aber hat er das jetzt nicht gesprengt? Ich fand das jetzt auch heftig, dass... Warte, man kann es sein, dass die Verlorenen diejenigen, die den roten Wahnsinn haben, als einen der ihren ansehen? Weil die, die den roten Wahnsinn haben, ähm... Eventuell deren Seele schon gestorben ist. Körper halt noch nicht, aber deren Seele. Dass das so vielleicht irgendwie erklärt wird? Und die, die quasi am roten Wahnsinn leiden, nach ihrem Tod, äh... sofort zu verlorenen werden? Feilt da Textur, oder...? Ich glaub, da fehlt Textur. Kann ich mit diesen Briefen aber auch zum Meilgroschenfrist gehen? Und die ihm überreichen? Ähm... Natürlich! Hat er eigentlich Fleisch? Wer will Fleisch? Wir müssen mal Gelegenheit was kochen. Wir brauchen wieder was zu essen. So, wo genau sind wir? Alt Ischmatep. Mondstein-Erz. Noch ein Steppenläufer. Äh, warte mal. Nee, wir müssten kurz irgendwas essen. So. Das müsste reichen. Okay. Alt Ischmatep. Ah. Okay. Ich weiß, wo wir sind. Komme ich hier wieder raus? Jetzt habe ich ein dickes Problem. Ich glaube, ich hätte hier nicht hingen durft. Komme ich an der Weite noch irgendwie hier? Ja. Okay, ich komme hier noch raus. Gut. Jetzt ist die Frage, kommt da hinten noch was? Oh, außer noch ein Steppenstampfer. Salzwurzel? Ähm. Da vorne ist noch ein bisschen was. Ich sehe fünf Verlorene. Ja. Zwei Nahkämpfer. Definitiv ein Bogenschütze. Wer das da ist, weiß nicht. Und ein Magier. Genau, auf den da. Nein, der ist ein Feind. Muss genauso machen. Genau, und der andere. Okay, das überlebe ich nicht. Dum 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 Ah, okay. Ich darf jetzt nicht den Schild benutzen. Wenn ich jetzt den Schild benutze, stecke ich in der Animation fest. Mist. So, jetzt einmal kurz verstecken. Dass die mich nicht mehr finden und wir Leben aufladen können. Aber jetzt habe ich das verstanden, wie ich in deinem Animus schon verstecke. Dann hätte ich jetzt ein Schild genutzt. Ja, okay. Braves Kätz hier. Ich will keinen Stress. Ja, aber hätte ich... Da war ja die Zeitverlangsamung. So, weil ich ja wenig Leben habe. Das ist ja ein Skill. Und dann habe ich noch für das Schild, so, noch eine Verlangsamung. Und die stacken sich dann irgendwie. So, ich mache die beiden jetzt. Das sieht sehr interessant aus, was ich hier mache. Die haben nur Fell. Was ist hier geschehen? Verdächtiger Erdhaufen. Hier wurde jemand begraben. Wir schippen nochmal was drauf, okay. Und das ist Magiewinds. Ein Ralea Groschen. Und Rubin. Und wir bekommen... Wir müssen wieder was essen. Nochmal ein Krustenblut. Aber ich würde sagen, wir machen hier in der nächsten Folge weiter. Und vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's. Euer Max Deus. Und... Schau. 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 Amen. 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 Amen.